Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Über 300 Organisationen fordern Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder auf, keine Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern. Anlass dazu gab die Konferenz der Regierungschefs mit dem Kanzler über das Thema Migration und Asyl am heutigen Weltflüchtlingstag. Die Organisationen warnen in einem offenen Brief vor einer Auslagerung von Asylverfahren in außereuropäische Drittstaaten. Derlei Pläne würden in der Praxis nicht funktionieren, zudem seien sie extrem teuer, stellten eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit dar und würden zu schweren Menschenrechtsverletzungen führen. Schutzsuchende sollten ihrer Ansicht nach in Deutschland bleiben dürfen. Initiatoren des Bündnisses sind unter anderem die Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl, Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International. In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben mehr Frauen eine Abtreibung vornehmen lassen als im ersten Quartal des vorigen Jahres. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die aktuelle Zahl von rund 28.200 Abtreibungen bedeutet einen Anstieg von über zwei Prozent. Etwa 70 Prozent der Frauen, die in diesem Zeitraum eine Abtreibung vornehmen ließen, waren den Angaben nach zwischen 18 und 34 Jahre alt und drei Prozent jünger als 18. 95 Prozent der gemeldeten Abtreibungen wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Die übrigen fünf Prozent erfolgten aus medizinischen Gründen oder aufgrund von Sexualdelikten. Im gesamten vergangenen Jahr hatte die Zahl der Abtreibungen mit 106.000 den höchsten Stand seit 2012 erreicht. Drei von vier Deutschen haben in ihrem privaten Umfeld positive Erfahrungen mit Christen gemacht. Das ergab eine Insa-Umfrage im Auftrag von IDEA. Während diese positiven Erlebnisse bei über 35 Prozent der Befragten überwiegen, halten sie sich bei 40 Prozent die Waage mit negativen Erfahrungen. Mehr als fünf Prozent gaben überwiegend negative Erlebnisse mit Christen an. Männer berichten mit knapp 40 Prozent etwas häufiger von positiven Erfahrungen als Frauen. Die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen weist mit zehn Prozent den höchsten Anteil an überwiegend negativen Erfahrungen auf. Mit Blick auf die politischen Parteien haben hingegen Anhänger der CDU, CSU und FDP mit jeweils fast 50 Prozent am häufigsten überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.